Wir sind eigentlich ganz zufrieden, weil wir machten oft solche Einheiten, wo die Lehrer dann vielleicht manchmal so Karten mitnehmen und das macht dann echt oft Spaß. Also wir hatten Physik und dann hat der Raphael, einer aus meiner Klasse, hat dann eine Seite aus dem Buch ausgewählt und da ging es um, was wir gut können und die hat mir sehr gut gefallen. Die letzte Woche hatten wir so ein, auch in Physik, hat der Lehrer den Adi mitgenommen, so ein Dreieck und das haben wir auch nie gefunden. Also, dass ich dankbar bin für das, was ich habe. Also, dass ich meine Familie habe und dass ich gesund bin und ja, dass wir eigentlich eine gute Klassengemeinschaft haben. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel Skifahren gehen mit der Schule oder so, dann, wenn wir dann zum Beispiel etwas gut gemacht haben, dann loben wir uns gegenseitig. Da freut man sich einfach, weil dann weiß man, dass man etwas gut gemacht hat. Zum Beispiel, dass man mal sagt, dass er schön angezogen ist oder seine gute Frisur hat. Bis zum Beispiel, wenn wir jetzt.